Ich bitte einmal den Mannschaftsführer der deutschen Nationalmannschaft hier an den Sprechertisch. Mannschaftsführer des DSV, bitte nach vorne an den Sprechertisch. Danke. Und wer sich unterbreitet, dass wir keine Musik mehr haben, denn DJs sind nicht etwa die Lieder ausgegangen, aber die Technik streikt etwas. Deswegen gibt es im Moment keine Musik. Ich müsste mit uns vor die Themen, die wir hier die Rennen kommentieren und dir schon mal vorstellen. Auch in der Hälfte des Rennens führt Simona Wabutowa aus Tschechien, die im letzten Jahr auf der Kurzbahn. Vizemeisterin der Europameisterschaft Kohl, über die zwei wieder gut gemacht. Und dann haben wir doch eine relativ knappe Zieleinlaufzone in der Eskoma.